Walnüsse gelten als Superfood. Und das aus gutem Grund. Sie sind nicht nur lecker, sondern stecken auch voller gesundheitsfördernder Nährstoffe. Aber was passiert eigentlich, wenn man täglich drei Walnüsse isst? In unserem heutigen Video erzählen wir die Geschichte eines Mannes, dessen Leben sich durch diese einfache Gewohnheit dramatisch veränderte. Nummer 1. Verbesserung der Herzgesundheit Walnüsse sind reich an Omega-3-Fettsäuren, die bekannt dafür sind, das Risiko von Herzkrankheiten zu senken. Der Mann bemerkte eine signifikante Verbesserung seiner Herzgesundheit, einschließlich eines niedrigeren Blutdrucks und eines besseren Cholesterinspiegels. Nummer 2. Steigerung der Gehirnleistung Dank der hohen Anteile an Antioxidantien, Vitamin E und Omega-3-Fettsäuren tragen Walnüsse zur Erhaltung der Gehirngesundheit bei. Der Mann erlebte eine verbesserte Gedächtnisleistung und Konzentrationsfähigkeit, was ihm im Alltag und Beruf zugute kam. Nummer 3. Unterstützung beim Gewichtsmanagement Trotz ihres hohen Kaloriengehalts können Walnüsse beim Gewichtsmanagement helfen, da sie sehr sättigend sind. Der Mann stellte fest, dass sein Verlangen nach ungesunden Snacks abnahm und er leichter sein Wunschgewicht halten konnte. Nummer 4. Verbesserung der Darmgesundheit Walnüsse sind eine gute Quelle für Ballaststoffe, die eine gesunde Darmflora fördern. Der regelmäßige Verzehr führte bei dem Mann zu einer besseren Verdauung und einem geringeren Risiko für Darmprobleme. Nummer 5. Reduzierung von Entzündungen Die entzündungshemmenden Eigenschaften von Walnüssen halfen dem Mann, Entzündungen im Körper zu reduzieren, was zu einem allgemein besseren Wohlbefinden und einer Verringerung von Schmerzen, insbesondere bei chronischen Erkrankungen, führte. Was denkst du über die tägliche Einnahme von Walnüssen? Bist du bereit, diese kleine Änderung in deiner Ernährung vorzunehmen, um ähnliche Vorteile zu erleben? Teile deine Gedanken und Erfahrungen mit uns in den Kommentaren. Und vergiss nicht, für mehr inspirierende Geschichten und nützliche Gesundheitstipps ein Abo zu hinterlassen und die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal!